Iwanovic Jetzt haben sie den Ball verloren Das toller Pass Gute Chance Sie liegen vorne Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen Das ist große Klasse, wie er das Tor gemacht Und dafür ist er ja bekannt, ein absoluter Edeltechniker Und hier ist es ein Ereignis Und hier ist es ein Ereignis Vielen Dank.